Und schnell durch, schnell durch, schnell durch, schnell durch. Nein, warum? Ist bald gelb das auch weg? Das würde ich doch wollen, das Bett. Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Bad Wars. Und wir sind auf einer schönen 4x3er Map. Ich glaube, die heißt Floating Island. Wenn es mich nicht ganz täuscht. So, aber wir sehen mal zu, dass wir jetzt relativ schnell vorankommen. So, dann bauen wir uns mal gleich über zum Silber. Na komm. Komm hier. Perfekt, 3 Stück bekommen. Davon kaufen wir uns ein Schwert, glaube ich. Ist ja ganz... Jote Wahl oder auch nicht. Dann machen wir es gleich richtig, machen wir uns eine bessere Spitzhacke. Wird's getauscht, gut. So, dann kriegen wir noch ein bisschen was zu futtern hin. Und natürlich was zum Anziehen. Gyps und... Na komm ich hier. Gyps. Nicht deren Ernst. Krass. Das ging immer richtig schnell. Er bohrt schon mal vor Schock unser Bett schnell ein. So, und dann würde ich ganz gerne noch eine Kiste ordern. Die wir uns da dann erstellen. Schnell was anziehen. Und dann will ich auch mal in Richtung Mitte langsam. So, von der Höhe reicht das vollkommen. Okay, Gelb ist da beschäftigt. Dann gehen wir schnell zu Gelb. Hi! Und schnell durch, schnell durch, schnell durch, schnell durch. Nein, warum? Ist bei Gelb das auch weg? Das würde ich doch wollen, das Bett. Shit. Ja gut, aber wir sind schon mal ganz gut damit dabei, ne? Da ist rot. Nice, die ist runtergeflogen. Dann gehen wir jetzt ganz schnell zu rot. Dann gehen wir jetzt ganz schnell zu rot. Perfekt. Schnell was futtern. Ja, ich bin drauf geblieben. Ich bin drauf geblieben. Nice, das Bett ist auch weg. Und damit ist das Team auch fast ausgelöscht. Was für eine Hammerrunde ist das denn gerade? Das geht ja echt mega gut ab. Okay. Team Rot ist anscheinend einfach gestorben. Da ist, da ist ein Blauer. Sind wir blau? Wir sind blau. Na hi, so gefällt mir das. So muss das sein. Richtig schön knackige Runden. Da ist der Gelbe. Und der Gelbe macht sich auch auf den Weg in die Mitte. So, falls auch keine Blöcke hat, sich rüberzubauen. Dann passt er schon. Und wir holen jetzt jetzt einen schönen Bogen. Und schließen das Ganze dann mal ab. Erstmal das so. Ähm. Der fettere Bogen bitte. Der hier genau. Och, Manno. Ich hätte da jetzt gerne noch hier, äh, das selber gemacht. Aber okay, war bis dato eine schöne Runde. Und da das jetzt zu kurz war, würde ich sagen, irgendwann zum zweiten daher. Bis gleich. Moin Leute und willkommen zurück. Wir sind mal wieder bei einer Runde Bad Wars. Und das auf der Juden-Map Desert. Das ist eine Map mit viermal zweier Team... Ne, andersrum. Zwei mal vierer Teams, wie ihr links sehen könnt. So, ich habe erstmal hier noch. Ich will ja auch einfach nur... schon mal einen Weg rüber bauen. Oder zumindest mit anfangen. Ganz fertig wieder bestimmt nicht. Ich bin gespannt, ob das so schnell geht wie beim letzten Mal hier auf der Map. Da hatte ich gerade das Stückchen da fertig. Ich war hier vorne wieder und da kam schon Rot angerannt. Die waren sehr gut organisiert. So, bevor sich jetzt manche Leute aufregen, dass ich hier mit uns auch oft genug hier mache. Ne, das stehe ich mir jetzt nicht rein. Soll auch ruhig das Eisen kriegen. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Ja, so ein bisschen mehr. Okay. Dann ziehen wir uns gerade noch an, vernünftig. Nein, ich habe zwei Hosen gekauft. Wieso habe ich mir jetzt zwei Hosen? Mit hier noch ein Karpin. Pips. So, ein Eisen noch da. Ziehen wir uns gerade mal an. Und holen uns so eine Klötze. Können die noch ein Eisen haben? Ja, das will ich dir. Wollt ihr, macht die auch was? Wollen wir es da rumstehen? Das ist ein Eisen, das ist ein Eisen. Davon hätte ich jetzt gerne ein Schwert. Perfekt. So. Dann werfen wir das da mal hin. Und wir gehen schon mal mit rüber. Unsere Teamkameraden scheinen schon bei Rot zu sein. Oder die zumindest zu provozieren. Da komme ich auf jeden Fall mit. Oder gucken wir mal gerade hier. Ja, ich gucke mal gerade hier. Was, das ist ein Gold an uns vorbeigefallen. Ne, das scheint hier rumzubacken. Aber eins ist jetzt auch nicht wirklich. Das, wonach ich gesucht habe. Naja, sag doch was. Hurra. Ich gucke mir mal zu, dass wir da so ein bisschen weiterkommen. Nein. Ich muss das Bett. Oh, nein. Schade. Ich war schon dran. Ich war schon dran. Ah, crap. Ne, komm. Ne, komm. Bisschen mehr. Bisschen mehr. Bisschen mehr. Bisschen mehr. Bisschen mehr. So. Nehmen wir das. Nehmen wir her was Schwert mit. Äh, hat diese Person sich hier eigentlich schon mal irgendwie bewegt? Ich meine jetzt nicht nur vor dem Material-Spawner hier, sondern vor dem Angriff, falls ihr wisst, was ich meine. So, dann brauche ich hier noch ein paar Schuhe. Perfekt. So, jetzt auch mal die Sachen abziehen. Das kann doch nicht wahr sein, die nimmt doch einfach nur alles weg, oder doch? Nicht? Doch, macht Sinn. Farm. Sehr soziell. So, ich stelle jetzt hier auch noch eine Kiste hin. Einfach mal eine Kiste. Gut. So, dann sehen wir jetzt mal wieder zu. Und das war gerade... Ich habe ja gerade eben euch komplett neu begrüßt. Was eigentlich falsch ist, weil das ja die zweite Folge ist. Ist ja gar nicht die erste. Ich habe es nur so ein bisschen verpeilt. Oh crap. Also, ich hätte es heißen müssen, wir kommen zurück. Wir haben ja gerade eben schon mal eine recht schnelle Runde. Ich habe das total versemmelt. Fällt mir gerade so ein. Ja, komm. Ja, komm. Können wir jetzt durch. Und wie ihr hört, habe ich mal wieder vergessen, mein Handy auszustellen. Okay, das Team komplett verlassen. Nein! Oh! Oh, was war das denn für ein Abstauber? Das war mein Bett verflucht. Mein Bett. Mein Bett war das. Oh, Junge, ey. Das kann doch nicht wahr sein, kann das doch nicht. Klaut er mir das Bett. Fand ich schon dreist. Fand ich wirklich dreist. Ja, wir sind ja auch noch zu zweit. Hier vorne kannst du ja nicht mitzählen. Mist, Mist, Mist. Ich hätte ganz gerne noch den einen mit dem Schwert, wo wir zum Schluss drauf geschlagen haben. Hätte ich ganz gerne noch gekillt. Aber das hat eben nicht funktioniert. Perfekt. Perfekt. Dann haben wir jetzt unseren Brustschütz. Und sehen sie, dass wir rüberkommen. Nein! Nein! Die Routen müssen weg, die Routen müssen weg. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nein, 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 nein. Ich habe ihn viel zu spät gesehen. Ich habe ihn viel zu spät gesehen. Oh ja, geht doch. Ist hier oben einer? Irgendwo muss hier doch einer sein. Oder sind da hinten zwei? Ich sehe da hinten nur einen. Crap! Aber wir sind nur noch zu... Ach, klasse. Ist der andere auch noch abgehauen oder was? Leute, dieses liefen, ne? Das ist echt eine Sache. Die geht gar nicht mehr. Halt runter. Halt runter. Hehe. So, wo ist jetzt der Letzte? Wo ist jetzt der Letzte? Hallo? Der kann ja nur da oben sein. Nein! Nein! So richtig doof gestorben. Da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Der helft jetzt nur noch eins. Der helft jetzt echt nur noch eins. Der helft jetzt echt nur noch eins. Ne, doch nicht. Er kommt noch nicht so schnell. Ich kann nur noch einen roten Schmerkaufen. Da ist er. Ja! Ja! Da jumpen wir doch da hinterher. Geil! Gewonnen! GG! Außer von unseren Eintimerkameraden. Das war nämlich ganz großer Müll. Die ganze Zeit nur rumzustehen und sich die Ressourcen zu klauen. Das ist sowas Dreckiges. Die Leute gehören eigentlich gebannt. Für den Tag oder so. Gut, aber ich würde sagen, wenn euch die beiden Folgen gefallen haben, dann gerne einen Daumen nach oben geben. Ich freue mich immer sehr, sowas zu sehen auf meinen Videos. Verständlicherweise. Und ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns die Tage wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin haut rein. Ciao!